Linguistik in 120 Sekunden, Deixis und Phrasiologie, 3 von 3. Sprechen wir in Sprichwörtern über Zeit? Offensichtlich, denn wenn die Arbeit vor dem Vergnügen kommt, braucht Gutding eben Weile, beziehungsweise einen Zeitbezug. Aber dabei sprechen wir nur über Zeit. Doch wie ist es mit der Deixis, also Verweisen, die von einem Referenzpunkt ausgehen? Man sollte meinen, dass spezifische Verweise ungeeignet sind, um sich als Idiome oder Redewendungen durchzusetzen. Etwa das literale Morgen ist Weihnachten würde sich aus genau diesem Grund nicht zur Übertragung in verschiedene Kontexte eignen. Aber trotzdem nehmen Idiome wie Nun aber Sense oder das Sprichwort Abgerechnet wird zum Schluss aus Perspektive des Sprechers Bezug auf den Kontext des Sprechaktes. Oder? Hierbei zeigt sich ein wichtiger Unterschied zwischen den beiden. Denn während Idiome wie Nun aber Sense tatsächlich auf einen Kontext zeigen, wie wir im letzten Video gesehen haben, nimmt abgerechnet wird zum Schluss eigentlich gar keine Verortung vor. Der Zeitbezug bleibt vage, um dem hohen Abstraktionsgrad gerecht zu werden. So sei ja jede beliebige Situation erst am Ende abrechenbar, während die Sense eine sehr konkrete Situation abschneidet. Und das auch nicht als unpersönliche Formel, sondern interaktiv, indem die sprechende Person eine Handlung des Gegenübers versucht zu unterbinden. Es zeigt sich die diskursive Abhängigkeit. Das Sprichwort bezieht sich hingegen auf eine allgemeinere Situation, in der die Position des Sprechenden weitgehend irrelevant ist. Denn diese unterliegt im Gegensatz zu Idiomen, die grammatisch in Sätze integriert und Kontexte eingebunden werden, nur einer minimalen diskursiven Abhängigkeit. In ihnen werden sehr allgemeine Lehrformeln des kollektiven Wissens aufgehoben, ohne wesentlichen persönlichen Bezug. Auf diese Weise werden im Buch Figurative Language die Grenzen zwischen Idiom und Sprichwort gezogen. Doch lässt sich das auch so tragen? Denn ist beim Sprichwort noch ist nicht aller Tage Abend die temporale Deixis nicht sogar recht deutlich ausgeprägt? Oder ist es einfach kein Sprichwort?